so ein wunderschönen guten tag da sind wir wieder in der minecraft welt aber die musik ist etwas so laut mal gucken ob sie jemand erkennt jemand dieses spiel kennt das war mein allererstes computerspiel genau so ich habe dies aber immer noch ziemlich laute musik mich jetzt andere musik wenn man die minecraft musik hier ausstellen aber ich glaube es ist immer noch zu laut kann das sein das ist besser wäre eigentlich besser für haben von der höhle so ja dann gehen wir jetzt mal endlich dahin wo ich möchte in der musik meint das ist mal wieder lauter naja ich wollte eine tür haben ich wollte eine tür haben die eine hat mir da unten gelassen alle jetzt und jetzt höre ich auch noch ein skelett wo ist das skelett da ist nicht die tür jetzt allerdings allerdings kommt da höre ich ein wo ist der und wo ist war hier nicht die schlucht genau da war eine things hatte ich die wenn sie nicht mitgenommen ich brauche nur eine tür so ich will aber mein leben heilen hier war das ich höre doch die ganze zeit hier eine tür eine tür sei ich schon ein zombie so aber ich weiß gar nicht da draußen war natürlich hier war eine tür hatte ich nicht noch eine hier irgendwo hinten hingesetzt ne hab ich nicht doch hier was ich dir mal direkt zwei ist sehr geil krass direkt neben diamanten gesetzt aber weiß ich schon mal bescheid gut dann werde ich jetzt aber abhauen da noch einer aber boah keiner mit Speer sonst wäre ich jetzt schon dran und es wäre jetzt schon dunkel hä ich bin doch gerade erst aufgewacht hm okay heute möchte ich aber schnell hier jetzt habe ich eine tür dabei also ich höre die musik ganz leise ich hoffe es ist für euch hörbar genau so so das ist schon mal gut die tür da hin ah ich habe diesmal geschafft die ah ich wollte oh immer vergesse ich was ey das ist voll nervig voll nervig ich freue mich da unten ich freue mich da unten so licht 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 davon und ähm ähm so zack 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 eine gut haben wir eigentlich doch kommen mit dem kann man nicht das habe ich das habe ich jetzt mal anlauf nehmen und jetzt hat es geklappt erstmal zu gucken wo ich denn was hinstelle wo fange ich denn am besten an dass deine holz hinzubauen ich würde sagen hier genau hier glaube ich ja super da und dann nicht zu dicht ja ja Gott, hier gehen wir jetzt runter. Los, Tür. Hä? Alter, ich kann mal in die Tür nicht rein, ey. Ah, ist doof. Am Ende der Folge werde ich auflösen, zu welchem Spiel der Soundtrack gehört, oder die, er sagt. So. Wo ist jetzt was? Da, ah. Okay, gut zu wissen. Da ist jetzt, ah, okay. So, das heißt, ich werde da die hinstellen. Dann wollten wir hier ungefähr das Haus, das heißt, ich werde die hier hinter mich bauen. So, ist die besser. So. Falls ich ein Ertrunkener kommen sollte, das ist, ich glaube. Ich wollte jetzt, äh, äh, das achtmal machen, also acht, also der acht mal acht, wo ist raus, dass wenn, dass man nicht mehr sieht, was jetzt kommt, was jetzt gerade läuft, von der Playlist. Also, das heißt, das heißt, das ist, das letzte Mal. So. Gleich. Ja, aber vorher. Wird ihr merken. Ähm. Gleich. Ähm. Da oben. das war zu hoch ich wollte dass es halt das direkt ein mauren gehen unter zu wissen weil das wird krass dazu 1 2 3 4 5 6 1 1 1 2 1 6 5 6 6 6 7 7 7 8 7 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 11 Okay. Okay. So... Okay. 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 Um... Yeah. Okay. Okay. Und nochmal. So, wie ich will. Standrohn hat mir 64. Weiß es gerade nicht. So, das heißt hier zwischen dann 6. Das heißt hier auch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da kommt einer hin und es muss wieder hier unter. Ja. Das wird aber nicht reichen. Glaube ich mit 18, oder? Könnte knapp werden. So. Bin mal gespannt. Also 16. Nee. Nee, 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 nee. Da brauche ich noch welche. Zack. Zack. Ah, der ist ja cool, ne? Hier? Ja. Gut. Dann werde ich noch mal mehr machen. Und ich... Ich sage immer gerne, ich bin nicht mal gespannt. Ja, bin ich aber auch wirklich. Ich sage das sehr oft. Ich habe hier wieder das Gefühl. Äh, hier. Das wollte ich genau. Ähm. Wollte ich für eine Hacker nehmen, ne? Schere, wo bist du? Nein. Da. Schere. Und ich mache hier was konkret. Mauen. So. Bumm. Super. Nee, da war es. Bumm. Wie hier? Ja... Das kriege ich jetzt. Ja. Ja... Ja. Ja. Ihr könnt ja gerne mal was in die Kommentare schreiben, was euch bisher am besten gefallen hat und wenn es da überhaupt was gibt. Ja, und... Da ist Gnett. Ich warte. Äh, ich warte wollte ich sagen. Er kriegt mich nicht, er kriegt mich nicht. Dass das aberhuhn ist. Denn das ist so, was habe ich zuksen? Wer das nicht gehört hat? Wir sehen doch mal, dass ich dir einee nicht in die Kommentare hinbekomme. H crap. supse... Alguma gesp· Wow, aber das einee anfangen, wenn man dann mal ein bisschenenta mute finden will. Für Hecke, für eine Hecke, so. Habe ich jetzt keinen Dings bekommen. Wow, ist das viel geworden. Nice. Oh! Oh, da sind jetzt zwei. Und ich brauche... Quatsch! Mir ist getroppt. Blöd. Blöd, blöd. Es wird wieder dunkel. Und das zweite Mal. So, äh... Bumm, bumm. Retten, was zu retten ist. Hä? Was war das? Was war das denn eben? Das Geräusch. Hm. So, erst mal schlafen. Ich glaube, jetzt hier mit... Musik... ist es ganz viel besser. Am Knochen sind unten, ne? So. Äh, genau. Einen. Warte, zwei. Ich muss mal wieder... Ja, hier... hier vielleicht... Ich bin ja auch hier, ne? Ja. Wir sind weiter... weit genug auseinander. Und da fehlt irgendwie einer noch. Hab ich das Gefühl. Entschuldigung. Oh, der blöde Heuschnupfen. noch einen Schluck trinken. Noch einen Schluck trinken. Und es geht weiter. Weil hier Hecke, ne? Ich brauche wirklich mehr. Ich Hecke machen will. Ich brauche auch hier. Jetzt kann ich einfach nur noch. Jetzt gibt er auch hier. Hecke. Na... Ich brauche, nur noch eine Schluck rüber. Ich brauche mich nicht zu Hause das Herzen. Ich brauche mich nicht zu Hause. wir müssen uns den geheimnis mal irgendwie lüften was das immer für geräusche sind ich habe da so eine ahnung aber ja die dann ja von links kommt irgendwas muss dahinten sein das ist jetzt weiter es geht weiter dem hausbau wo ist hier ein zombie der nicht nur tot ist sondern komplett aus der welt geschaffen werden da ist unser projekt ich glaube nicht dass das reicht aber schaun wir mal soo komm komm 17 das reichte ich nicht ich habe mich nicht mehr genug ich schätze mal mit vier ich schätze ich schätze es hier Was war hier? Okay, aber nur nix. Einfach nur nix. So, vier Steine. Kann ich hier abkloppen. Hä? Zwei. So. Vier. Eins, zwei, drei, vier. Wenn ich da jetzt im Auge mache. Cool. Genau, passend. Einen Ofenkartoffeln sollte ich auch mal wieder machen. Boah. Oh! Ne, doch richtig, dachte ich schon. Oh, einer zu wenig. Fünf. Vier. Sehr schön. Oder auch nicht. Zwei. Wie findet ihr die Musik passend oder eher nicht so passend? Oder du, du als Zuhörer? Weiß auch nicht, ob ich dich als Einzelperson ansprechen darf, soll, muss oder euch als Wir-Personen, weil ihr ja in einer Mehrzahl seid. Aber jede Person, die ihr zuschaut, ja, eigentlich nicht mehr zahlt, sondern Einzahl. Ja, außer die etwas anders sind. Ich kann ja, eigentlich nicht mehr zählen. Ich sag' ich mal so. Ääääh. Ein. Ein. Hengen-Foch. Ich bin ein Eins. So. Ääh. Bum, 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 bum. Ich finde das total geil, die Erfindung. Von diesem Schneidding. So, ich wollte dann, ich kann ja schon mal anfangen, den da, ähm, eine kurze Überlegung, das außenrum, aber, nee, Momentchen, ich überleg gerade etwas, das wollte ich so machen, ich hätte das gerne auch bei Holz, wisst ihr das? So eine Säge oder sowas, gibt es sowas? Ich glaube nicht, ne? Und irgendwie nervt das hier, aber die Betten kommen ja auch bald weg, äh, so, der Untergrund, äh, zack, 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 acht mal acht, vier und sechs, Ja, muss ich, da brauche ich mehr von. Warte ich erst mal, so, aber ich brauche noch mehr, aber ich mache einfach alles, so, äh, nein, Ja, klappt. So, wo ist unser Projekt? Da. Da sieht Hammer aus, finde ich. So, da kann ich jetzt raus, sehr schön. Die Tür da unten kann eigentlich bleiben. Erst mal. So, jetzt mache ich das so. Boom. Dazu kommt jetzt, außenrum. Hä? So, hab ich mir jetzt das richtig überlegt? Nein, hab ich nicht. Ähm, okay. Hm, mach ich ein... Doch, ich hab mir das richtig überlegt, aber anders als gedacht. So. So. Ja. Zack. 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 Boom. Ist auch lustig, das Lied. Ist es... Boom. 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 Ich wollte Holz nehmen, aber das Holz halt so, äh, dem Sand, und von der Farbe her ähneln lassen. Ja, und dabei wollte ich... Hm. Eine kleine zumindest. So, und das wollte ich mit Glas ausfüllen. Das sind... 4 mal 4, 16. Ja. Irgendwas ist da hinten. Muss immer mal forschen. Aber es ist noch nicht Zeit dafür. So, und diese Folge ist auch schon wieder... vorbei. So gut wie. Mit dem Schlafen gehen. Ich würde sagen, eine schöne gute Nacht euch und viel Spaß noch. Gute Nacht. So gut wie. So gut wie. Ich würde sagen, wir kommen mal. So gut wie.